Das kommt aber wieder löschen. Ist schon ok, ist schon ok. Das muss doch irgendwo gehen. Wenn ich das durchmüßt. Jo, bis später. Die Top-Adresse der Stadt. Sehen Sie her. Wo bin ich? Viele Leute versuchen ihr Glück in der Dark Zone. Weniger kehren zurück. Nein, ich habe jetzt da keinen Auftrag. Das ist gut. So, wo ist denn da jetzt? Das interessiert mich nicht. Da kann ich noch nicht Blitzreise machen. Das machen wir dann auf dem Safe-House. Gut, da haben wir mal eins, wo ich noch hin muss. Das ist eh bloß noch ein Safe-House, meine ich. Das ist bloß noch ein Safe-House, was ich noch brauche. Dann reisen wir da her. Dann kann ich zu dem letzten Safe-House nachgehen. Dann füge ich das an. Dann füge ich das an. Dann füge ich das an. Bueno, ich bin dann... Dann füge ich das an. Dann füge ich das an. Ich bin dann mal wieder. Dann füge ich das an. Dann füge ich das an. Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. Sie wollen's, ich hab's. Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. 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 Schauen Sie wieder rein. Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. Scheiße! Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. Aber die XP brauche ich eigentlich jetzt gar nicht mehr, oder? Nee. Nee. Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. Und so zwischenspeichern kann man nicht, oder? Ja. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Safe-Haus rausgehe, also dann einfach hier draußen irgendwo wo man sich speichert. Ja. Ja. So. So. Schön, dass ihr auf unserer Seite sind. Vielleicht sollten wir noch sehen. Vielleicht sollten wir noch sehen. Vielleicht sollten wir noch sehen. Hm. Mhm. Fliehen Sie die Listen, lösen nicht, was gut für Sie ist. Herr Bundes, steubert das Gebiet! Verbrüchen! Ein Gedrück! Verbrüchen! Verbrüchen! Jetzt habe ich mich auch erst mit Town East entdeckt, schau. Ja, aber ich kriege ja... Verlorene Medikamente entdeckt. Naja, da war schon wieder ein Auftrag, den ich machen könnte. Weil Obi noch gar keine Auftrag, die ich machen könnte. Ja. 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 Das war's. Was meine ich doch? Ich werde jemanden zu deiner Schwester schicken und sag dir dann Bescheid. Ist das okay? Was? Was? Wie geht's meinem neuen Lieblingskunden? Ich habe Ihnen einen fairen Preis gemacht. Was? Ich will zu meiner Schwester. Jetzt habe ich alle Safe Häuser. Gut. 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 Gut.